Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Virtual Reality, heute mit dem Spiel Phasmophobia, gemeinsam mit Maudado. Bewertet den Part und wie immer viel Spaß! Hallo Le Menje! Hallihallo! Ui, das sind aber ein paar viele, ne? Guck mal. Warum? Ja, jetzt können wir endlich mal die benutzen. Ja, aber drei. So, diesmal finden wir auch den Geist. Das glaub ich auch. Ich hab das hier, ne? Nimmst du eine Kopfkamera? Ich kann die aufziehen, ob du willst. Ja, mach mal bitte. Dann... Hab ich. Ja, warte, dann guck ich ja mal eben, wo du bist. Ah, da bist du schon. Okay, dann go. Wie er direkt das Kruzifix mitnimmt. Ja, du hast den MF-Reader. Genau, und das Temos Tart. Ja, mach auf. So, Manu, unser nächster Auftrag. In diesem Haus wurden Geisteraktivitäten gesichtet und müssen herausfinden, welcher Geist das ist. Das ist das Haus. Am Anfang sind die Temperaturen vom Geist noch nicht instant ganz unten. Ja. Weißt du, da können wir ein bisschen warten. Äh, wir können erst mal sagen, gib uns ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Du kannst es manual ignorieren. Ich nehm mal das Thermostat. Wie alt bist du? Oh, Manu, guck mal, hier geht's in den Keller. Oh, da will ich gerne alleine rein. Guck mal. Ist der hier? Okay. Was quitscht hier so? Denk nicht, oder? Das sind wir. Das sind wir. Wie alt bist du? Keine... Warte, ich muss... Meine Wand. Äh, 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 okay. Oh, Alter, wie alt bist du? Hier schlägt noch nichts aus. Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? Gib uns ein Zeichen. Nö. Er ist nicht hier. Gib uns ein Zeichen. Ja, ja. Ist aber sehr klein hier, ne? Bestimmt beim Klavier. Da sind immer die ganz kranken Leute. Gib uns ein Zeichen. Oh. Oh, Garage. Gib uns ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. 15 Grad immer noch. Kein EMF-Schwank. Gib mir ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Zeichen, Zeichen, Zeichen. Zeichen. Ich hätt gern ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen aus der Waschmaschine. Gib mir ein Zeichen. Boah, ist das hier ekelhaft. Zeichen, werd kalt, kalt, kalt. Ganz doll kalt. Wo ist kalt? Ne, 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 ne. Warst du kalt? Oh, ich hab, oh. Ähm, können Sie, komm mal bitte. Leuchte mal bitte auf den Boden hier. Auf den Boden. Boden, 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 bitte. Boden, hier, irgendwo ist es. Ich hab, glaube ich, also wieder was verlegt. Ne, ne, natürlich nicht. Hä? Wo ist es? Ach, da. Pff. Da, da. Alter. Aber gibt es denn immer einen festen Punkt? Ich denke, es ist über uns. Oder, oder. Ja. Also, ja, aber warum haben wir ihn denn noch nicht? Ja, obere Stockwerke. Ach so. Manu. Dann ist er natürlich oben. Gib uns ein Zeichen. Oh, EMF. Wie viel? Hm, gerade nur auf zwei einmal kurz gesprungen. 3-4 Temperaturen. Hier, minus. Wenn es auf fünf steigt, ist es ein Hinweis. Minus elf ist es gerade. E-MF 5. Wie alt bist du? E-MF 5 und Minus Temperaturen. Wie alt bist du? Nicht erkannt. Keine, keine Geisterbox. Das blinkt noch nicht. Okay, wir sind relativ safe. Maudado, ich hab ein Problem. Ich krieg mein Geisterjournal nicht. Ach, Mann. Ja, EMF 5 haben wir ja auch schon. Dann brauche ich das schon mal nicht mehr. So, und ich hätte jetzt gerne das doofe Journal. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt gibt es mir doch. Oh. Ach so. Bewegungssensor. Cool. Im Kopf ist es. Maudado, du holst es dir aus dem Kopf raus. Ah. Ah. Interessant. Also, EMF 5. Und gefrierte Temperaturen. Genau. Dann nehme ich jetzt mal das Fingerabdruck-Ding mit. Äh, habe ich schon hier. Da. Legst du da hin. Ja, danke. Ich habe das Buch schon hochgelegt. Jetzt hole ich eine Kamera. Okay. Hallo. Fingerabdrücker. Wir haben ihn. Da ist deine Hand. Boah. Ja, easy. Ja, wie einfach war das denn? Was ist ein Lappen dann? Wie ist denn der Typ? Keine Ahnung. Ist mir alles egal. Wollen wir noch ein Bild machen? Ja. Ach, guck mal, der Bewegungssensor hat ihn gerade auch bemerkt. Als ob. Wie easy. Ach, James Jackson. Da, guck schon wieder. Da. Er ist gerade vorbeigelaufen. Ah, okay. Hast du da eine Kamera jetzt aufgestellt? Also, da steht ein Bewegungsmelder drin. Ja. Aber Geister-Orbs gibt es ja nicht. Ja, aber vielleicht sehen wir den ja. Fingerabdrücke. Ja. Ist eine Benji. Ja, aber warte. Wie hast du den geholt? Warte, ich muss... Ah. Oh, du hast ja unten-Touchpad und oben-Touchpad. Na? Ja. Und du greifst den mit dem oben-Touchpad in den Kopf, glaube ich. Nö, geht wieder nicht. Nö. Hä? Gibt es irgendwie eine spezielle... Ah, im Ohr. Im rechten Ohr habe ich es rausgeholt. Vor allem rechten Ohr. Ja. Wie geil. Ja, ist der Benji. Okay. Dann grab ich jetzt mal eine Cam. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Tschüss. James Jackson. Gib uns ein Zeichen. Modelo? Warum kommst du nicht? Hast du? Nee. Ich komm. Ich komm. James Jackson. James Jackson, wo bist du? Bist du der Bruder von Michael Jackson? James Jackson. James Jackson. Ja, Jackson. Ja, Miss Jackson. Wir sind Deutsche. Warte, hier ist er doch. Da ist so ein Bild von ihm. Ah, und da ist die... Ihr... Ihr Ygrit. Ist er da? Ja, klar. Das ist James. James Jackson. Das ist aber ganz schön sexy, ihr Mann. James Jackson, du bist blöd. Nee, ganz schön sexy. Wir hassen Geister. Wir haben deine Frau gegessen. Die Ygrit. Jackson. James. Komm doch raus. James Jackson. Sobald wir den hier sehen, sind wir doch tot. Nee, wir machen einfach Fotos. James Jackson. Was war's? Eine Banshee? Verschwindet eine Banshee nicht, wenn man ein Foto macht? Keine Ahnung. Ist doch scheißegal. Ist das wichtig? Oh Gott. Ich hab... Hab kein Foto gemacht. Wie? Was? Ich war so schnell. Er ist da drin, ne? Er ist da rein. Im Raum? Also er ist gerade einmal... Ich hab ihn eine Sekunde gesehen. Ja, ich mich auch. Ich hab mich das erschrocken. Und ich hab instant ein Bild gemacht, aber er war nicht drauf. Wie geht das? James Jackson, bitte. Wir brauchen ein Bild. Nicht erschrecken. Wir wollen nur Bilder machen. Wir sind von der Presse. Nee, geh mal da hin. Komm mal auf. James? Rechte Tür bitte öffnen. Hier? Rechts. Das ist links, Maudado. Genau. James Jackson? Liegst du im Bett? Steh auf. Steh auf. Aber ohne zu... Es ist Zeit aufzustehen. James Jackson. Ohne das Geräusch von ihm, bitte. James Jackson. Wir hassen dich. James... Nein, nur er hasst dich. James Jackson. James Jackson. James Jackson. James Jackson? Wer... Öffnest du die ganze Zeit Türen, oder macht der das? Nee, das war nicht ich. Hä? James? James Jackson. Das schon wieder. Das bin ich ich. Bin ich ich. Aber du hörst es doch auch. Ja, ich hör's auch. James Jackson. Wo bist du auch? Auf dem Kaffee der Türen. Sag ich nicht. Hä? Bist du im... Hahaha. Hahaha. Hallo. Ich hab ein Bild von dir gemacht. Ich bin gerade... Will alles attackieren. Es ist bekannt, sein Opfer zu stalken, bis es jemanden tötet. Eine Benji wird jeweils nur eine Person jagen. Ach so. Ach, die kommt nur raus, wenn du allein bist. Ach so. Kannst du das machen mit deiner Kamera und ich beobachte dich? James Jackson. Waa? James Jackson, Manu, bilde ich. James Jackson? Ey, ich will das nicht. Maudado. Komm. James Jackson. James Jackson, komm jetzt hier hin. James Jackson. Was ist das denn? Oh Gott. Nein. Äh, nimm ihn. Mach ein Foto. Mach ein Foto. Mach ein Foto. Mach ein Foto. Ja, wo ist denn? Hier ist doch eine James Jackson. Er kommt die Treppe runter. Er kommt die Treppe runter. Kommt der? Nö. Warum lügst du? Ich hab ein Bild gemacht. Wo ist er dann? Keine Ahnung. Ich hab... Jetzt mach ein Foto. Ich hab ein Bild noch übrig. James Jackson. Ich werde für dieses Bild sterben. Wir müssen hoch für das Foto. Okay, okay. Ach du, Heiliger. Hör auf zu bl... James Jackson. James Jackson. James Jackson. Jackson, James. Wir brauchen ein Bild. Wir brauchen ein Bild. Ein Bild. James, komm her. Bitte. James Jackson. Oh, er ist weg. Feigling. Feigling. Angsthase. Ich geh wieder in den Schrank. James Jackson. James Jackson. James Jackson. James Jackson. James Jackson. Jackson James. Jackson James. Ich hab noch ein Bild. Du kommst jetzt her. Du kommst jetzt zu mir. Aber nicht gruselig. Bloody Mary. Bloody Mary. James Jackson. James Jackson. Oh Gott. Da ist er. Mach ein Foto, wie er mich umbringt. Ich bin schon tot. Oder? Ne, ich... Ich lebe? Oh Gott, oh Gott, ich lebe. Ich dachte, ich wäre tot, weil ich das Item fallen gelassen habe. Hi. Hä? Ich hab das Item fallen gelassen. Nein, ich hab das Item in dem Moment fallen gelassen aus irgendeinem Grund. Ja, dann komm wieder hoch. Er ist noch da. Er ist noch da. Er ist noch da. Hat... Hab ich das fallen gelassen wegen ihm oder wegen mir? Wegen dir. Ernsthaft? Er war perfekt sichtbar, ne? Ich war den Wagen. Nein, 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 nein. Deine Provokation war gut. Komm her. Das ist ein letzter Try. Sei doch... Keine Angst. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. James, Jackson, Jackson, James. Jackson, 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 James. James. Bloody Mary. James, 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 Jackson. Da ist er. Da ist er. Mach ein Foto. Wo, wo? Treppe, kommt da hoch. Er kommt die Treppe hoch. James? Ich glaube, Modato erzählt wieder Blödsinn, ne? James, Jackson. Ja, komm, geh mir runter. Geh mir runter. Komm mit. James, Jackson. Bloody Mary. Jackson. Da ist er. Ich bin tot. Ich bin tot, ja. Warum immer ich? Oh, was war? Wer war das denn? Mama? Oh. Hat er ein Foto gemacht? Nein. Natürlich nicht. Ich war mal wieder instant tot, ohne den zu sehen. Oh, die Kamera. Weh, da ist kein Foto drauf. Ich raste aus. Da ist kein Foto. Oh mein Gott. Okay, ich werde das Foto versuchen zu machen. Ich hatte halt keine Chance. Sie war instant tot. Alter, jetzt bring's. Maudado, nein. Bitte bring's zu Ende. Bloody Mary. Jackson. Er müsste halt nach oben. James Jackson. Nach oben in die Ecke. Da war der beste Spot. Zeig dich. Komm raus, James Jackson. Komm doch einfach raus, James Jackson. Hä, was soll denn das? Wom versteckst du dich? Oh, okay. Er kommt nicht mehr. Nein. Nein. Was? Du bist ja so ein Mülleimer. Jetzt geht er einfach nach Hause. Bitte töte ihn einfach, James. Nein, James. Jetzt lauf doch hinterher. Das ist ein grünes Bild. Warum? Naja. Was will man machen? Auf nach Hause. Ach, Mann. Und mal wieder habe ich den Tag gerettet. Easy. Ja, war schön. Hallo. Ich umarme dich. Ach so. Ja. Das hast du gut gemacht. Warum gehst du denn immer weg dann? Du hattest einen Job. Junge, ich habe getan, was ich konnte. Wie lange habe ich da noch rumgeschrien? Fünf Minuten? Ja. Ja. Warum sterbe ich denn jedes Mal? Okay. Dann bewerte den Part. Schaut noch in die Videobeschreibung. Da sind ganz viele tolle Sachen verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.